Danke, dass da sind wir. Schönen Flieger. Ausnahmsweise heute mal beim normalen Volk. Der Papa ist ja sonst eigentlich immer einer, der das Steuer in die Hand nimmt und vorne beim Pilot sitzt. Apropos Pilot. Herzlichen Glückwunsch an Bruchpilot 07. Und er war schon ganz nah dran hier mit Hamsterdamm. Denn das sind wir gerade, weil von hier geht der Flieger mal schön über den großen Teich. Und zwar nach... Curaçao. Ja, dann machen wir uns mal einen richtigen Gönnjermin und ihr seid mit dabei. Ja, also in diesem Sinne, hier spricht ihr Pilot, der Papa. Da bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position. Da klappen Sie Ihr Tischlein hoch und gucken Sie hier nochmal den netten Damen hinterher. Das ist doch der Spaß. Was ein Geschwass. Ich frage mich wirklich, wie dies durch die Sicherheitskontrolle geschafft hat. Also Granate. Wenn es gut läuft, reden wir heute noch in My High Club ein. Ja, Spaß. Zehn Stunden später. Ja, Mensch, Kinder, das ist jetzt einfach nicht nur wie im Flug. Ja, und Flugzeuglandung ist ja wie ihr Sex. Da musst du es auch mal klaschen lassen. In diesem Sinne, Kinder, schreibt immer schön in die Kommentare, was der Papa hier in Curaçao so erleben soll mit euch. Und dann sage ich einfach mal, Bella Ciao, Curaçao, 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 Curaçao. Ja, ich bin ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen.